exoder blog echte gerichtsurteile ich bin anita farke und freue mich spannende urteile aus dem leben zu präsentieren zhr 5024 entscheidung vom 14 8 2024 wichtige entscheidung des bgh zu zahlungsverzug und vertragskündigung wichtige entscheidung des bgh zu zahlungsverzug und vertragskündigung am 14 august 2024 entschied der bundesgerichtshof in der rechtssache mit dem aktenzeichen inkz 5224 dass in fällen von zahlungsverzug unter bestimmten voraussetzungen eine fristlose kündigung eines vertrages gerechtfertigt sein kann diese entscheidung hat weitreichende implikationen für gläubiger und schuldner und zielt darauf ab die rechtssicherheit im bereich des vertragsrechts zu stärken in dem verhandelten fall ging es um einen schuldner der mit seinen zahlungen über mehrere monate in verzug geraten war der gläubiger hatte daraufhin fristlos gekündigt was zur juristischen auseinandersetzung führte der bgh befasste sich in diesem kontext mit der frage ob die fristlose kündigung tatsächlich rechtmäßig war und unter welchen bedingungen eine solche maßnahme verhältnismäßig und gerechtfertigt sein kann die richter argumentierten dass ein zahlungsverzug von mehr als zwei monaten in der regel ausreiche um die fristlose kündigung eines vertrags zu rechtfertigen dabei betonten sie dass es für gläubiger wichtig sei einen gewissen schutz vor schuldnern zu haben die wiederholt ihren zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen es wurde festgestellt dass eine fristlose kündigung nicht nur das recht des gläubigers auf zahlung sondern auch das öffentliche interesse an stabilen und verlässlichen vertragsbeziehungen schütze darüber hinaus stellten die richter klar dass die kündigung nicht willkürlich erfolgen darf der gläubiger müsse eine abwägung zwischen den interessen beider parteien vornehmen in fällen in denen der schuldner nachweislich in der lage war die zahlung zu leisten jedoch in schwierigkeiten steckte könne eine fristlose kündigung unangemessen sein der bgh forderte in solchen fällen eine transparentere kommunikation zwischen den vertragspartnern um missverständnisse und weitere konflikte zu vermeiden diese entscheidung könnte insbesondere für unternehmen von großer bedeutung sein die im umgang mit zahlungsunfähigen kunden möglicherweise mit rechtlichen komplikationen konfrontiert werden die klarheit die der bgh in bezug auf die bedingungen für eine fristlose kündigung geschaffen hat könnte sowohl die praxis der gläubiger als auch die strategie der schuldner beeinflussen in einer stellungnahme wurde darauf hingewiesen dass diese entscheidung im einklang mit der rechtlichen entwicklung steht die darauf abzielt verlässlichkeit im geschäftsbereich zu fördern experten aus dem bereich des insolvenzrechts äußerten sich positiv über das urteil und betonten dass es den rechtlichen rahmen für die handhabung von zahlungsverzügen deutlich erweitere in summe zeigt das urteil dass das deutsche vertragsrecht auch in zeiten finanzieller unsicherheiten einen klaren kurs hält durch die festlegung von klaren richtlinien für die fristlose kündigung wird sowohl den interessen der gläubiger als auch der schuldner rechnung getragen diese ausgewogene sichtweise könnte dazu beitragen dass in zukunft weniger rechtsstreitigkeiten in diesem bereich auftreten danke fürs zuhören denk immer an eine möglichst nette bewertung um uns zu unterstützen